Jungs, nach den gestrigen 90 plus Team of the Season Major Deluxe Packs sehen wir heute 88 plus garantierte Packs aus jedem Team of the Season und davon 40 Stück. Let's go! Andi, es war das der Community auf YouTube. Herzlichst Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch zum nächsten Video, Jungs. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Ich hoffe, ihr seid gut in die Woche gestartet, beziehungsweise in den Tag. Heute hört sich mal das 88 plus Team of the Season garantierte Pack. Und dazu gibt es eigentlich nur eins zu sagen, für diejenigen, die es noch nicht abgeschlossen haben. Ja, ihr könnt jeden einzelnen x-beliebigen Team of the Season ziehen, der 88 oder höher bewertet ist. Heißt aus jeder einzelnen Liga, nicht nur aus den Top 5 Ligen. Ihr könnt mir sehr gerne in die Kommentare schreiben, habt ihr es schon gemacht? Wenn ja, wen hattet ihr drinnen und seid ihr damit zufrieden? Das ist ganz, ganz wichtig. Zweitens werdet ihr das nach diesen Packs hier, die ihr gesehen habt, noch überhaupt abschließen. Und drittens könnt ihr sehr gerne ein kostenloses Abonnement, beziehungsweise einfach einen Daumen nach oben da lassen. Das würde mich persönlich unterstützen, würde diesen Kanal einfach vorantreiben. Ich würde mich riesig, riesig freuen. Kus, Kus, Kus geht raus an jeden Einzelnen, der hier Support da lässt. Vielen, vielen Dank. Der Kommentare schreibt, Daumen nach oben gibt, vielleicht auch kostenlos abonniert. Ich würde mich riesig freuen. Kus geht auf jeden Fall an jeden Einzelnen raus. Danke, danke, danke. Und jetzt viel Spaß mit dem Best of. Let's go. Come on, wir gehen rein. Diesmal ins allererste 88 plus Totspack. Da sind die Ligen völlig egal. Ihr könnt jeden einzelnen Spieler ziehen, aus jeder Liga. Und ich glaube, das ist, ist das Coop Miners? Das ist ein guter Pull-Chat. 88er Coop Miners ist okay. Das ist jetzt, glaube ich, das zweite 88er. Wir hatten Coop Miners, was meiner Meinung nach gar nicht so schlecht war. Wir schauen mal rein. Brasilien. ZDM. Casemiro. Ah, und da kommen natürlich jetzt die ganzen Trolls. Also Trolls sind definitiv vorhanden. Darüber brauchen wir nicht reden. Mäuses. Hartes Pflaster, mein Lieber. Hartes Pflaster. Aber hast du wenigstens noch nicht. Okay, weiter geht's. Nummero drei. Kommt mal. Kein Troll. Oh, das ist Coop Miners, oder Chad? Ja, ist der Beste aus der Liga Nost. Das ist okay. Okay. Viertes 88er Pluser. Kriegen wir mal jemanden aus den großen Ligen. Angelino. Da ist er doch. 90er Rating. Wie gesagt, die SPC kostet ungefähr 75 bis 80k. Könnte vielleicht durch das Futter, was jetzt vielleicht noch ansteckt, noch ein bisschen höher gehen. Da musst du halt trotzdem keinen so schlechten ziehen. Definitiv nicht, ne? Das darf man halt nicht vergessen. Wir haben das 5. 88 Plus-Pack. Wieder Frankreich. Halt's Maul. Das war der größte Troll, den wir gerade haben konnten, oder? Komm on, wir machen weiter. Abfall ist angesagt. Nächstes Pack. Spanien. RM. Oh, das ist dieser vom Rest of the World, dieser Embarbado, oder? Keine Ahnung, oder? Embarber. Und er ist Duplikat. Jeder hat wirklich so viele Duplikate, wie wir sehen. Das ist echt Wahnsinn. Aua. Wir gehen rein, Chad. Come on. Komm schon, mein Lieber. Türkei. Stürmer. Oder Silmaz. Zumindest ist einer aus den Top-Ligen. Ich weiß gar nicht, ob das das 88er oder 90-Pluser war. Es war sogar das 88er. Wenigstens einer aus den Top-Ligen. Okay, wir sind dabei mit dem 9. 98-Plus-Pack. Let's go. Push dich rein. Portugal. Rechtsverteiger. Oh, das ist stark. Aus dem 88-Plus-Pack kann es nur zu ziehen, ist Big. Das ist sehr, sehr gut. Gerade, weil es halt einfach auch ein Best-Of-Team-Of-The-Season zum Beispiel auch ist. Und richtig, richtig stark spielbar. Und er hat ihn schon. Es ist so frech, Chad. Dass immer die guten Packs einfach als Duplikat sind. 10.88er. Mal gucken, was wir ziehen. 10.88er-Pack. Frankreich. ZDM. Ah. Tatjö. Ja. Jetzt nicht so optimal. Brauchen wir nicht drüber reden. Numero 11. England. Stürmer. Ey, was ist das? Clark and Harris, ne? Ja, ist auf jeden Fall eine spielbare Karte. Brauchen wir nicht drüber reden. Spielbar ist er auf jeden Fall. Okay, wir sind bei Pack Nummer 12, glaube ich. Wenn mich nicht gar alles täuscht. Come on. Come on. Na was, oder? Ja. Aus dem 88-Pluser ist das okay. Meiner Meinung nach, absolut okay. Den kannst du mitnehmen, mein Lieber. Den kannst du safe mitnehmen, Chad. Nummer 13. Der 88er haben wir jetzt mittlerweile schon gesehen. Espanja ZUM. Posueno. Soll aber angeblich echt sich sehr, sehr gut spielen lassen. Die letzten Jahre. Ob das jetzt wieder so ist, ich habe keine Ahnung. Aber Posueno soll sich gut spielen lassen. Deswegen, why not? Nimmst du mit. 91er Rating. Auch das ist gar nicht so übel. Der junge Herr hat noch 137 Münzene. Zwei Totspacks. Ich will jetzt, dass hier einfach was rauskommt. Äh. Schade. Tinnerholm. Ist jetzt so krank. Komm schon, EA. Push dich. Frankreich. Ey, das ist doch. Ein Kunku. Eine geile Karte habe ich auch schon gespielt. Also lässt sich echt, echt gut spielen. Das muss man wirklich sagen. Es lässt sich echt gut spielen. Und ist okay. Aus dem 88er. Wir kommen zum 16. 88-Pluser. Donnarumma. Geiler Torhüter. Geiler Torhüter. Auf jeden Fall eine Karte, die du auf jeden Fall spielen lassen kannst. Gerade wenn du halt irgendwann mal Chemie brauchst. Oder einfach einen Verein haben. Torhüter im Verein zu haben, ist nie verkehrt. Und Donnarumma, Recordbreaker für mich war bester Keeper mit. Aber der Muster Tots wird schon... Ja, okay. Ich sage einfach nichts mehr. Ich hatte einfach meine Fresse. Perfekt. Das war es komplett. Komm schon, Mann. So ein Big, Big Pull. Donnarumma again. Haben wir die jetzt Back-to-Back gezogen? Ich glaube ja, ne? In den 88-Plusern. Schon hart. Schon hart. Ich glaube, das müsste jetzt der Pack Nummer 18 sein. Spanien. Posuelo? Ne. Jonathan Vieira. Ich glaube, ein 89er-Rating, ne? Ja, haben wir auch noch nicht gesehen. Das sei das Problem. 88-Plus, da sind halt alle drin. Ja, das sind halt jegliche... Jeder einzelne Team-of-de-Season-Karte kann da halt drin sein mit dem Rating. Deswegen nimmst du mit. Da darfst du keine so hohen Erwartungen haben. Wenn du Big Pull hast, dann ist halt Big Pull. Komm schon, mein Lieber. Wir machen weiter. Nächstes 88-Pluser. Nummer 19. Ja. Ja, wenigstum Dias. Das ist gut für einen 88-Pluser. Das ist echt ein guter Pull, mein Lieber. Und immer, wenn ich gegen Ruben Dias spiele, ich finde den echt, echt gut, ne? Ich finde den echt gut. Klar, man spielt mittlerweile keinen Innenverteiger mehr, aber wenn du Innenverteiger spielst, ist Ruben Dias echt ein guter Pull. Meiner Meinung nach. Gerade für den 88-Pluser-Pack. Stark. Das heißt, wir sind jetzt bei Pack Nr. 20, was die 88-Pluser angeht. Pizzi oder sowas? Rafa? Pizzi. Rafa, meine ich doch. Kann die beiden eh nicht auseinanderhalten. Belastend. Rafa ist am Start. Los, ich will einen Topstar sehen. Brasilien, ZOM, LF, Davidson. Stell dir vor, du ziehst jetzt doch mal ein Neymar. Schmattis, das wäre halt Quatsch gewesen. Somit hast du den Link zu Neymar. Immerhin was? Positiv denken. Come on. 88-Pluser. Oplack. Oh ja, das ist gut aus dem 88-Plus. Viel Rating. Spielbar. Kannst du in der SBC abgeben, wenn du den nicht mehr brauchst. Ist ein guter Pull aus 88-Plus. Das muss man echt sagen. Ja. Nein. Moises. Zum zweiten Mal glaube ich, dass wir den sehen. Wir konzentrieren uns. Auf Tadic. Ja. Tadic halt, ne? Ja. Okay. Niederlande. Mein, mein, mein. Das ist mein. Mein, das ist big. Oh, das ist der erste richtig gute Pull. Also, ich finde ihn halt geil. Auch wenn er wahrscheinlich nichts kostet. Aber ich finde ihn geil. Ich finde mal so geil. Ich fand die Showdown-SBC so big. So big, Chad. So big. Deswegen ist das für mich ein ganz biges GG. Komm schon. Ich glaube, 26. jetzt über den 88-Pluser. Alba. Uh. 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 Big F, Chad. Big F. Und ich habe mit Alaba gerechnet, Männers. Es ist Sabitzer. Aber ja. Sabitzer lässt sich gut spielen. Fand ich zumindest. Aber kostet halt auch gar nix, gar nix, ne? Stürmer. Ruben Dias, Ruben Dias. Big. 88-Plus. Hat man jetzt zum zweiten Mal schon den Ruben Dias. Das ist okay. Das ist ein guter Pull. Ein richtig guter Pull. Komm schon, Noah. Ich will was sehen. Noah, ich will einfach jetzt was sehen. Ronaldo. Messi. Romero. Heilbild in den Chat. Stark. Stark. So, wir sind jetzt mittlerweile beim 30. 88-Plus-Pack angekommen. Äh, angelangt. Halsmaul. Halsmaul. 88er, was bringst du? Nicht mal André, ey. Nicht mal André, wenn er es... Komm schon. Brasilien. Casemiro. Oh, dieser Moises. Ich gebe ihm doch wenigstas Casemiro oder sowas. Moises. Ja, den spielst du halt nie. Er sieht von den Werten okay aus, aber den spielst du halt nie. Was halt sehr schade ist, ey. Lass es werden Nebel regnen und lose. Come on. Jetzt rein da, Chat. Baby. Ja, okay. Aus 88-Plus ist okay. Ist okay. 88-Plus ist okay. So, das nächste 88-Plus-Pack. Und das ist Otavio. Haben wir auch noch nicht heute gesehen. Ist in Ordnung. Nimmst du mit? SBC-Futter. Wird nicht viel wert sein. Super-Star. Wie man auch immer. Okay. Abfahrt, Fabi. Komm mal. Das ist jetzt mittlerweile, warte mal. Ich muss drinnen. 10, 20, 30, 35. Das war das 88-Plus, oder? So könnte gerne immer die 88-Plus aussehen. Ich sage es mal so. GG. 88-Plus. Next one. Rein in die Olga. Und los. Stürmer. Diaz. Ah, jetzt kommt zum ersten Mal Fonte. Warum Fonte, Mann? Ich werde hier noch Fuchs, Teufels, Wild. Ich werde hier noch Fuchs, Teufels, Wild, sage ich euch. So nicht anders. Marcel. Werder Bremen. Lebenslang Grün-Weiß. Stürmer. Ist jetzt nicht so gut, oder? Chat. Ist jetzt nicht so gut, oder? Banega. Ja, gut. Ist halt vom Saudi-Tots halt mit der Beste. Nach Romarinho, glaube ich. Deswegen, okay. Okay, wir gehen rein. In 10, 20, 30. 39. Das ist das Pack schon. Ich weiß. Oh, Mount. Aus der 88-Plus aus Big. Das ist gut. Das ist echt ein gutes Pack. Nimmst du mit, mein lieber Chichi? Er hat alles gegeben jetzt, Chat. Heils Maul. Heils Maul. Bruder. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Chat. Oh mein Gott. Somit, damit gehen wir rein ins Letzte. 88-Plus-Upback. Und wir werden nochmal so Hardcore-Controlled. Das müsste Nummer 40 gewesen sein. Also, heute werden wir so oft getrolled, das ist nicht mehr normal, Chat. Aua. Das tut mir so, so leid. Im Endeffekt muss man wirklich sagen, die 88-Plus war okay. Du kannst halt Glück haben. Darfst aber da nichts erwarten. Gern mit, nimm das Ding mit, macht ein paar Player-Picks, schießt das Ding ab, fertig aus. Aber so krank waren sie halt leider Gottes nicht. Das muss man wirklich sagen. Leider, leider Gottes. Aber na gut. Musst halt durch, ist los. Kopf hoch. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.